Sie gestatten, dass ich mich vorstelle, Schiller, Friedrich Schiller. Genau, der männliche Schiller, der die Räuber geschrieben hat. Ein Kassenschlager, ein Gefälls, eben nicht. Goethe, den Dolch im Gewande. Er besitzt eine außerordentliche Einbindungskraft, eine edle Denkungsart. Diotin, jetzt das offizielle Schlachtwerkzeug der Revolution. So viele Stücke und Romane hat er begonnen und nicht vollendet. Aber das soll sich jetzt ändern. Wie wäre es, wenn wir beide auf Basis dieser alten Geschichten einen Wettstreit abbieten? Einen Wettstreit der Dichter? Einen Wettstreit im Verfassen von Balladen? Vor seinem Löfengarten, das Kampfspiel zu erwarten, saß König Franz. Du liebes Kind, komm, geh mit mir. Gar schöne Spiele spiele ich mit dir. Und ihn hat Gott nicht nur ein Talent gegeben, sondern ihn gleich mit einem Füllhorn an Begabung überschüttet. Und eben noch das Wort entfallen, da sieht man's von den Schiffen ballen und tausend Stimmen rufen. Sieg, von feindlichst los sind wir befreie. Die Kreter haben der Sturm zerstreit. Da wird's still. Und herum im Kreis, von Mordsucht heiß, lagern die gräulichen Katzen. Das ist leider alles sehr gut, Schiller. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.